Wasser ist ein Rohstoff, den es zu beschützen gilt. Deshalb machen wir es uns zur Aufgabe, die Gewässer in Frankfurt am Main sauber zu halten. Mit einem Team aus Planern, Technikern und Handwerkern betreiben wir die zwei größten Abwasserreinigungsanlagen in Hessen. Eine Schlammentwässerungs- und Verbrennungsanlage und ein Kanalnetz von 1600 Kilometern Länge. Mit zahlreichen Baumaßnahmen, modernster Technik und dem naturnahen Ausbau der Gewässer leisten wir einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Du bist Ingenieur, Elektriker, Schlosser oder Fachkraft für Abwassertechnik? Komm zur Stadtentwässerung Frankfurt am Main, gerne auch als Quereinsteiger und erhalte mit uns die Lebensgrundlage Wasser.